...hinter lassen. Aber da kommen ja noch zwei Bodybuilder. Zunächst ein Mann aus Australien, Brad McLennan. Fünfter bei der WM in diesem Jahr in Stuttgart. Aber er fällt doch sichtlich in Masse und Härte gegenüber den Engländern ab. Ansonsten gibt es an der Posing-Kühe an sich nicht so viel auszusetzen. Die Übergänge sind stimmig. Totale Kontraktion, die natürlich auch nicht lange gehalten werden kann. Man sieht, wie die Hauptschlagader ausgepresst wird, deutlich sichtbar wird.